Und dann geht es direkt weiter mit Furnout, also für euch für mich nicht. Ich hab jetzt ein bisschen Pause gehabt zwischendurch. Ah ja genau, wir sind hier in dem Steinbruch. Stimmt ja. Das haben wir uns schon durchgelesen hier, ne? Die weiteren Texte. Wo lang geht's? Lass mich kurz gucken. Ne, 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 hier lang. Genau, hier lang geht's. Was war hier oben los? Haben wir das schon geguckt? Achso, okay, alles klar. Kotzi, komm mit. Ich hab, glaub ich, letztes Mal schon angesprochen, dass wir wohl oder übel jemanden Neues brauchen, der auch ein bisschen schießen kann. Da kotzt es halt irgendwie doch. Nicht so ganz das Wahre. Das wär's. Tja, ähm, ich hab gesehen, einige haben schon mit Best-ofs angefangen. Ich glaube, ausschließlich vom Stream, wobei ja natürlich auch Fallout und sowas gerne gemacht werden kann. Aber ich hab da jetzt schon so eine ganz kleine Problematik erkannt. über die ich mir vielleicht hätte Gedanken machen sollen, so in vorne herein. Und zwar hab ich ja die Clips angesprochen auf Twitch, dass man da ja... dass man da ja einiges schon herholen kann an Infos oder an Clips halt einfach. Ja, das sind halt einige Best-ofs mit den gleichen, äh... Mit den gleichen Videoclips behaftet wie andere Best-ofs. Da hätte ich vielleicht noch irgendwie... Ja, ich weiß nicht, wie man das hätte besser oder wie man das, ja, besser machen kann. Ich glaube, man kann bei Clips nicht kommentieren. Das heißt, ähm... Man kann hier aber schreiben... Hey, hier hab ich übrigens gerade eben schon zugegriffen. Da ist schon benutzt. Mitteilungen. Ähm, dringende Mitteilungen. Hey Leute, ich wollte mal wegen des neuen Geländers nachfragen, das ich vor einige Zeit angefordert hatte. Neulich ist fast schon wieder jemand runtergefallen. Schessel. John von Station 2 beschwert er sich andauernd darüber, dass unsere Mannschaft seine Produktion verlangsamt. Egal, was ich ihm sage, er meint nur, dass ich mich an sie wenden soll. Können Sie ihn vielleicht zur Vernunft bringen? Er weiß, dass wir die Ausrüstung brauchen. Okay. Sicherheitshinweis. Das kennen wir ja schon. Nächste Veranstaltung. Die mit ihren ganzen Veranstaltungen. Chill doch mal, chill mal, Kotzi. Komm mal, Kotzi. Da unten haben wir Leute. Und weißt du was, Kotzi? Vielleicht hakelt es ja gleich ein bisschen was für die. Sollen wir mal eine Mine tun? Gute Idee, mich jetzt zu füllen, wo ich doch schon voll bin. Was ist auf 6? Warte mal, auf 7 ist das Ding. Ah, da ist es ja, okay. Ich schmeiß mir eine Mine runter und wir hoffen einfach, dass jemand reinloppt. Bitteschön. Wir sind einfach... Wow. Wow. Wir sind einfach ein Zeitdruck runtergefallen. Guck mal, komm, wir die hochgucken. Guck mal, wir die hoch. Sehen die mich? Hey, er war ein Gott. Oh, shit. Die war nicht so geplant. Ich will nicht runterfallen. Ich will... Ach, shit. Achso, dann nehme ich nicht einen Molly. Ich dödel. Na, wisst ihr, wo ich bin? Achtung, ultra gefährlich. Hier. Raider, Sir! Bitteschön! Oh, die wird nicht... Doch, doch, der ist eigentlich ganz gut. Ich geh mal runter. Die eine ist halt immerhin auf aggressive gestellt. Äh, die ist immerhin... Hat den dritten Kopf... ...on der Schlüssel. Das könnte... Könnte haarig werden. Aber wir haben hier Stinkpacks. Und weißt du, was wir vor allem haben? Äh, kein gutes... Keine gute Zielvorrichtung. Na, ich möchte hier direkt, äh, Jet. Jet ist schon echt geil. Wir müssen uns mehr von... Äh, was... Also Jet an sich machen. Und natürlich... Ähm... Machen wir noch mehr von dem Waffenjet. Stirb, äh... Äh... Ähm... Oh, fuck! Ha! Ultra-die-Weapon-Control. Schwestern, wo die Waffen sind. Wir müssen uns mehr von dem geilen Zeug machen. So, berichtet den Siedlern. Aber nein. Es ist noch nicht so weit. Denn jetzt kommt ja erst dieser ganz widerliche Kram, von dem ich euch schon, ähm... erzählt hab. Aha. Gucken wir uns das mal kurz an. Hm. Was hat unser altes gehabt? Wir behalten mal die andere. Ja, ich hab gesagt, ich hab irgendein, äh... Irgendwas Ultra-Gutes liegen gelassen. Das ist mir jetzt neu, dass ich irgendwelche wichtigen Sachen liegen lasse. Ich spiele eigentlich immer ziemlich on point. So, Bad Lamb. Wir wissen ja Bescheid. Ihr habt dazu gar nichts geschrieben, oder? Zu diesem coolen Heckzeug, das wir hier machen können. Pass mal auf. Cased. Und jetzt? Aha, aha. Das ist der Weg. Aha, aha. Ich mag ihn. Aha, aha. Wie war das nochmal? Zack. Falschentrag entfernt. Und... Falschentrag entfernt. Und... Da haben wir noch was. Zack. Falschentrag entfernt. Und... Das war's. Okay. Also, K-K-K-Kaste. Das hier könnte es sein. Hm, ist es aber nicht. Aber ich nehme an, das T ist es. Deshalb versuchen einfach etwas... Da, Booty. Das wäre klar, Booty. Logisch. Ne, großer Hausputz. Verfluchte Feiglinge. Sauguss braucht Eisen. Also hatten mich Slack losgeschickt, um rauszufinden, wieso diese Penner dort verdammt nochmal keine Schrottladung losschicken. Und was sehe ich, als ich ankomme? Diese gelben Bast... Bast hat das Stopfen Essen in sich rein, das sie sich noch nicht verdient haben und flüstern sich Schauermärchen über Dinge unten in der Mine zu. Tja, jetzt bin ich hier und damit haben diese Maden ein größeres Problem als ein paar wilde Gühle. Wieder eine Verzögerung. Die letzten beiden Lieferungen sind rechtzeitig rausgegangen, aber die Crew, die ich losgeschickt habe, um die Gühle unten auszuschalten, ist nicht wieder aufgetaucht. Hier oben geht es bald nichts... Gibt es bald nichts mehr zum Ausschlachten. Wir müssen tiefer in die Mine vordringen. Schätze, ich muss hier alles selbst erledigen. Im Licht bin ich sicher. Oh, shit! Merkt ihr was? Merkt ihr die Gruseligkeit? Ich glaube, ich habe es jetzt so ein bisschen unterbrochen mit meinem Oh, shit. Aber... What the fuck? Oh, 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 oh. Gott, sag doch was. Gut, ich muss sagen, jetzt hätte er ein bisschen Hundi wahrscheinlich gebellt, ne? So, wuh, 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 wuh. I've got a money. Adam, bam. Adam, bam. Habt ihr noch irgendwas liegen? Adam, Adam, bams. Nur ein Ding, in die Halle? Ne, okay. Ja, die Gruselhaftigkeit nimmt praktisch kein Ende. Wir haben hier eine Tür, die von unserer Seite aus abgesperrt ist. Wir können davon ausgehen, dass dahinter etwas Widerliches ist, etwas Schreckliches, etwas, wobei man auf jeden Fall seine Lampen ausmachen sollte. Was? Ja, ja, du wirst es nicht glauben, ich habe was gefunden. What do we got? None, fucking none, okay. What do we got? Eh, none. Fucking none. Gott, was hast du schon Angst? Gott. Gottsee. Ja, reiche Ghule. Das habe ich zu spät entdeckt, das hier. Ich habe den Screen-Man schon noch gesehen und dachte mir, oh, jetzt geht's gleich los, aber ich hätte das auch irgendwie anders zu tun. Ja, das ist nicht so. Sorry, ich hab's los. Er legt sie richtig. Er legt sie brutal. Es ist auch geil, dass wir die Waffen letztens noch verbessert haben, da vor einer oder zwei Folgen. So ist es natürlich... Iiii. Iiii. So ist es natürlich angenehmer, ne? Bergbauhelm. Not with me, Captain Dildo. Hm. Flaschen. Na ja, gehen wir einfach mal weiter. Oh. Okay. Katzi. No. Ja. Gib ihm. Gut gemacht, Katzi. Oh, Fusionszellen. Wir müssen unbedingt mal mit unseren Fusion-Waffen spielen. Oh, der Chiller. Ist einfach hier auf dem... ...so einem Baggerle eingeschlafen. Auf so einem... So ein Baggerle, ihr wisst schon. Hier ist so ein Flurförderfahrzeug in groß. Wie heißt es? Gabelstapler? Klaus? Fahrer? Moment mal. Huh. Huh. Uh-oh. Uranium Fever is coming back in town. Sorry, Kotzwurst, ich hab dich doch geschissen. Kommt von hinten was, ich weiß es nicht, ne? Na, man merkt ja schon, wie groß ich ist. Ist das sauiglich, gell? Ich weiß, ich hab jetzt sau Angst. Wer chillt denn da? Bin der Bernd. Nichts erfahrt ich zu, ja? Äh, Kuckuck. Gut, der, äh, Direkt war nicht optimal. Ich weiß. Jojojojojojojo. Boah. Ja, mit unserem Ultra, äh, Pixel-Strohhelm vorne dran. Extra, extra starkes Abhox-Pulzmittel. Ja, moin. Ein Radium-Gewehr! Leute! Die Zeit wird für einen Augenblick verlangsamt, wenn die letzte Kugel im Magazin geladen wird. Ha, wie geil. Das ist, ne richtig sicke Waffe. Gut, direkt einpacken. Was war ich, was? What? Wo, wo, wo kamen die jetzt her? Von hinten? Doch, von hinten. So, wir gucken uns gleich das Radio-Geh, äh, Radio-Gewehr. Das Radio-Gewehr nochmal an. Ich will nur schon die reichen Ghule hier ausräubern. Okay. Gucken geht's weiter. Da drüben ist auch noch was. Vor allem will ich kurz vergleichen mit unserem anderen Gewehr. So. Guckt euch das an. Das macht 31 Normalschaden. Also ballistischen Schaden. Und 50 Ratschaden. Also wenn wir gegen Menschen spielen. Ultra nice. Gegen Zombie, äh, Ghule ist es jetzt eher nicht so prickelnd. Aber ja. Ähm. Wir können das auch noch aufleveln, denke ich. Damit das noch ein bisschen mehr normalen Schaden bekommt. Das ist wirklich ne... Ich glaub, das ist wahrscheinlich jetzt unsere teuerste Waffe, die wir haben. 430. Ja, was haben wir hier noch? 285. Ja, klar. Ein Schaden 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 sich. Jedl. Ja. Das werde ich jetzt aber hier nicht ausrüsten, äh, wie der eben genannten, oder wegen der eben genannten Geschichte mit dem Ghulen. Das hat da nicht so viel Sinn. Gegen die das Radium, äh, einzusetzen. Das hat da nicht so viel Sinn. Ja! So. Warum habe ich jetzt zwei Wege? Das mag ich nicht, wenn ich zwei Wege habe. Militärisches Klebeband. Oh, lustig. Ihr wisst doch, ich habe am liebsten einen festen Weg. Ah, halt, halt, halt. Eine weitere Lichtquell. Ein Pirscher. Oh, shit. Es ist ein Pirscher. Es ist ein Pirsch. Es ist ein Pirsch. Guck, guck, zack. Gestochen. Ich fand das beim ersten Spielen ultra eklig, hier diese... Diese Stelle. Also generell hier drin, dass man damit gar nicht gerechnet hat. Ich finde man... Also Fallout hat natürlich so seine gruseligen Stellen und die dann... ...hin und her, ne? Also... Es hat schon... Es hat natürlich auch so seine, ne? Aber sowas wie hier, das habe ich so noch nicht erlebt. Dass dann plötzlich mit so Flashbacks und man sieht irgendwelche Leute... Es gibt noch... Es gibt irgendwo noch, ich glaube, in der Nähe von Diamond City, gibt's so eine Mörder... Ähm... Garage, Stiefgarage, die ausgebaut ist, dass man darin stirbt. Da sind überall Fallen und es ist alles voll mit... Mit googeln. Mit ghoulen. Hallo? Am I there or what? Also. Cool. Cool. Fucking cool. So. Anominiumdose. Scheißdreck. Tafelmesser. Guhle und Tafelmesser. Bin ich jetzt hier doch im richtigen Weg gelaufen. Sieht so aus. Ich will nämlich dann natürlich nochmal zurück und gucken, was... Ich dachte kurz, das wäre irgendein riesen Wumme, der da hat. Jetzt will ich nochmal zurück gehen und gucken, was unten dann so war. Na, wir gehen hier erst noch ein Stück weiter. Vielleicht ist es ein Rundweg. Super Kleber. Nice, nice, nice. Vielleicht sollte ich doch dieses Licht hier mal anmachen. Das macht es vielleicht dann doch sogar noch ein bisschen gruseliger. Das war schon was. Das war schon was. Das macht mir wieder nicht. Ja, ja. Voll am Dying. Voll am Dying. Was ist denn das hier für ein krasser Weg? An den kann ich mich nicht... Oh shit. Kurz. Kurz. Ich glaube, das ist das Zeichen. Wir gehen nochmal kurz ein Stück zurück. Würde mich nämlich stark interessieren, was da unten noch war. Ich glaube, ich kenne das hier nicht, aber dann den anderen Weg. Oh Gott, voll. Und wehe, ich hätte den jetzt einfach noch durchgehen müssen, um dann an die Stelle zu kommen, wo sich die Wege wieder treffen. Äh, halt, 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 halt. Hoch geht's, hoch, hoch, hoch. Weiter kurz, weiter kurz, bin ich halt bescheuert. Ah ne, genau. Wir müssen sogar noch weiter darunter. Und dann links. Ja, hier unten ist es erst. Hier. Drücken wir uns noch an den Stinkpack rein. Guck euch das an, guck euch das an. Das ist... Was ist denn hier los? Warum haben wir hier so viele Wege zu gehen? Ich weiß nicht, welcher Weg... Welcher ist das, oder welcher... Welcher weiter führt, welcher ins Nichts führt. Wir gehen jetzt halt erstmal hier lang. Aber ich meine, dass das hier... Dass das hier der Weg ist, bei dem es eigentlich weiter geht. Sehr gut, Kopf C, sehr gut. Zack, komm, ich stehe nochmal jetzt rein. Das Gewehr ist halt schon nice, ne? Wir haben auch so unglaublich viel Munition dafür, das ist krass. Ja, ja, ich finde dann dauernd gute Sachen. Ich frage immer, es ist blöd. Ich bin mir sicher, dass wir da hinten dann so eine Art Secret finden, wenn wir da weitergehen, ne? Müssen wir uns merken, nach dieser Sache geht es dann irgendwo rechts. Weil ich denke, wir müssen eh hier lang dann wieder zurück. Ah, so machen wir das, so machen wir das. Oh ja. Die Erinnerungen kommen wieder. Haltet euch fest. Oh oh, Brad late. No Brad late. No Brad late. Oh oh, oh shit, shit, shit. Oh. Oh, was ein Run, was ein Run. Da kommen jetzt halt ultra viele. Das waren solche Leute, die sich da irgendwie verlandet haben. Bitte schön. Oh oh, shit, shit, shit. Es waren so... Also ich glaube, man lernt gleich noch ein bisschen was darüber. Es war wie so eine gläubige Gemeinschaft, die dann irgendwas angebetet haben. Dunwich, Geschäftsführung. So. Boom. Let's go. Gute Arbeit, alles unter Verschluss zu halten, Tim. Wir haben Ihren Rat befolgt und die anderen Projektleiter gebeten, sich mit Ihnen bei Station 4 zu treffen. Halten Sie sie hin, wenn Sie vor uns ankommen. Ihnen wurde nichts gesagt. Wir sind unserem Ziel sehr nah. Seien Sie bitte geduldig, dann werden Sie schon bald belohnt. Und natürlich erwartet uns da auch noch eine Kleinigkeit. Der Red X. Und noch ein Stinkpack. Opa. So, schaut mal hier. Ich weiß nicht, wie lange man tauchen kann. Guck mal. Yeah. Ziele bluten und werden vergiftet. Außergewöhnlicher Schaden. 51. Oh Gott. Kämpfzahn. Und Mini-Atombobel, Mini-Atombobel. Shit, shit, shit. Ich kann gerade mal trinken. Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe doch nicht. Der zappelt doch so, oder? Der trinkt doch gerade. Naja. Wir haben jetzt eine ultra-überkrasse Melee-Weapon. Mit diesem Zahn. Ich gucke euch jetzt mal an. Ich gucke euch jetzt mal an. Pass auf. Ja. Kann man ja auch vergleichen. Nee, ne? 51 und dann nochmal 3. Diese blutende Geschichte. Da ist selbst unsere... Unser... Der hat Tagstückler. Ein Nichts dagegen. Deswegen werde ich auch diesen Zahn direkt ausrüsten. Ähm... Und so auf die 6, genau. Guck dich das Ding an. 6. Hallo. Oh, oh, oh. Das ist ein richtiges Schwert. Das ist ein Schwert. Geil. Richtig geil. Kaffeetasse kommen nebenbei auch noch mit. Und somit haben wir diese... diesen ekligen, äh... Bereiche gesäubert. Aha, warte. Oh. Verdammt nochmal, ja. Verdammt nochmal, ja. Du bist Dauer auf 10% schwerer zu decken. Ja. Gut. Station 4. So, jetzt Hinweis. Der übliche. Nächste Veranstaltung. Die üblichen. Oder? So, das ist die üblichen. Da war noch ein Holoband. Hab ich genau gesehen. Cool dann. Ja, das ist das. Ja, gleiche Scheiß. So, wir nehmen das Band raus. Ähm... Dunwich. Tim. So. So. Also, hören wir mal rein, was der Tim so zu sagen hat. Hier spricht Tim Schutz. Kein... Die Scheinmannschaft, die sie zusammengestellt haben, ist überzeugend. Allerdings mache ich mir Sorgen wegen der Projektleiter der anderen Station. Besonders Bob bei Station 1. Wir alle wissen, dass er seinen Job sehr ernst nimmt. Echt nervig. Ich hatte so ein Gefühl, dass er früher oder später bemerkt, dass hier etwas läuft. Bitte um Anweisung. Okay. Ja, also die haben da rumgetuschelt und rumgebauschelt. Haben irgendeinen Scheiß gemacht. Und haben, äh... Irgendwie eine Geheimgesellschaft aufgebaut oder sowas. Ich bin selbst jetzt gerade... Minimal überfragt, was da jetzt genau war. Aber... Es ist auf jeden Fall widerlich, oder? Guck mal, die haben so ein Messer gemacht. Das ist schon ziemlich krank. Die gehen zu einem Picknick und schürfen da irgendwelche Messer. Die Kinder kriegen vielleicht Angst, wenn sie das sehen. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Alter, ist das scharf. Oh. Fucking... Fucking sharp, you know. It is so sharp, dude. Come on, Cots. We go... We go wider. Kotsi-Botsi. Geht ganz schön weit nach oben hier in der 6er... Äh... Ding. Ah. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Krass, das kenn ich hier alles noch gar nicht. Ich hoffe, er hat einen Schlüssel dabei. Jawohl! Das ist sehr geil. Sehr geil. Eich, Eich, ein bisschen. Ne. Oder ist es einfach nur eine Abge... Ach so, das ist... Ah, das ist einfach nur der Rückweg. Alles klar. Ist nur der Rückweg. War ja auch irgendwie... Hätte man es ja auch irgendwie denken können. Wahrscheinlich haben es nicht einige... ... auch irgendwie gedacht. Und ich erinnere mich noch, als ich diese Mission... Kratsch, was geht jetzt komplett hinten, unten rum oder was? Als ich die Mission gemacht habe, waren... Fand ich auch die Dinge sau schwer. Nicht die Ghoul, aber hier oben. Die Leute, die eben im Steinbruch an sich eben da leben. Und einen... Und einen angreifen. Die waren für mich da ultra stark. Ich weiß noch, ich bin runtergesprungen bei meinem allerersten Mal, als ich das gespielt hatte. Ich glaube, ich habe es noch erst einmal gespielt. Und war ultra unter Beschuss und bin dann direkt in diese Tür hier rein und runter in den Steinbruch. Weil da die Quest auch weiterhin angezeigt wurde. Und ich dachte, ah geil, jetzt ist das Krasse schon mal überlebt. Und ich kann jetzt hier unten die Quest machen, mich irgendwie durchdrücken. Und dann passt es schon. Und da wusste ich aber noch nicht, wie widerlich das da unten dann wird. Mit den ganzen Ghoulen und dieser Story dahinter. Deswegen hat mich das einfach... Das hat mich dermaßen durchgeschüttelt. Das war echt krass. Damit sind wir letztes Mal rumgefahren, gell, als wir hier waren. Wo wir so in die Bredouille reingefahren sind. Warte mal, ich würde gerne da drü... Ja, ich will da hoch. Ich will da rum in dieses Haus. Ja! Eklige Sache. Also für mich war es damals eklig, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt so darauf vorbereitet. Und ihr wart ja nicht alleine. Ich war ja da. Ah, da. Achso. Dann ist es ja nicht so schlimm. Weil ich schon, wenn der Papa da ist. Ayo, ayo. Gimmel, gimmel, denus. Wenn der Vater da ist. Vater, oh. Das haben wir alles schon gemacht. Warum ist die nicht hochgegangen? Hier war ich doch schon. Extrem merkwürdig. Und wisst ihr, was es noch merkwürdiges gibt? Was mich dann auch direkt ein zweites oder ein weiteres Mal weggeflasht hat. Das hier. Das, dieses Ding hier. Das heißt irgendwie, Hugo ist irgendwas. Und das fand ich dann vor allem nach dieser Aktion hier. Wie viel kann ich noch viel tragen? Ja, das geht. Nach dieser Aktion da unten mit den Ghoulen und dem ganzen Scheiß fand ich das hier auch nochmal richtig krass. Pass auf. Ultra-Strahlen-mäßig am Schisseln. Ja, du registrierst richtig. Hoppala. So, ich nehme kurz ein Red Away. Ich scrolle immer zu weit runter. Das ist einfach zum Caken. Ich nehme ein Stimpack. Ich lasse es volllaufen. Speichere schnell. So. Da hinten wird wieder geschossen. So wie letztes Mal. Aber diesmal... Hoppala. Gehe ich nicht hin. Und dann ein Red Axe. Dass wir Strahlung besser vertragen. Jetzt gehen wir ran. Achtung. Guck dir... Oh, Scheiße. Oh! Tja, so einig ist das hier los, Kotzi. Da ist ein Geschütz drin. Gehen wir mal weg. So, und jetzt haben wir hier... Das hat mich echt geflasht. Wir haben hier eine Leiche. Hugos Loch. Das hier ist Hugos Loch. Guck mal, hier wird man nicht verstrahlt, wenn man hier steht. Ähm, und Hugo hat natürlich auch eine kleine Geschichte. Genau. Hugos Kampf. Wiedergabe. Die Jungs nerven mich nicht mehr. Das ist gut. Ich glaub, das ist... Was war das? Können die denn die Schilder nicht lesen? Höchste Zeit, dass ich wieder in den Steinbruch gehe. Schon zu lang her. Nein, kann ich nicht. Die Jungs würden mich nie reinlassen. Ich könnte sie alle umbringen. Nein, das wäre nicht, was sie wollen würden. Zeit, mich hinzulegen. Ja, natürlich. Sie ist neben meinem Bett. Werdig. Sie ist geladen. Sie ist geladen. Man merkt ja, hat hier langsam die Besinnung und den Verstand verloren. Mr. Handy-Modell. Und das hier ist extrem nice. Diesen Chemikalienanzug für uns. Ich bitte, wenn man dann, naja, hier zugrunde geht, aber naja, dumm gelaufen, Hugo, jetzt ist dein Verlust mein Gewinn. Denn der Anzug hat eine ultrahohe Schadenresistenz, äh, Strahlungsresistenz. Schadenresistenz, eher nicht. 63er Jagdgewehr. Oder die Waldfee. Was ist hier los? Okay, Achtung. Wahrscheinlich können wir da nicht mehr laufen, weil wir die ganze Verstärkung nicht mehr haben. Shit. Ja, können wir nicht. Also wir haben ihn jetzt zwar jetzt an und ihr seht, ich lasse ihn jetzt natürlich aus, ich nehme ihn nicht mit. Ihr seht hier, der hat plus 1000, oder hat an sich 1000 Schadensresistenz, Schadensstrahlungs, Strahlungsresistanz. Aber dann haben wir nicht mehr unsere ganzen Sachen an, die uns beim Tragen helfen. Ihr wisst ja, wir haben extra Taschen an den ganzen Scheiß. Naja, für diverse Sachen wird das sehr wichtig sein später, dass wir, dass wir so einen Strahlenanzug dabei haben. Das passt. Wir müssen die Käfigrüstung noch verkloppen. Ich weiß, ich weiß. Was wollen wir noch machen? Jetzt gehen wir mal da runter. Ah, es waren, es waren Synths. Ich weiß wieder, es waren Synthes. Synthesize. Gegen Karawanenwache. Wir gucken mal, ob wir noch helfen können. Guck mal, da chillt jemand total. Das war echt Glück. Bumm. Warte Fick. Wer ist das? Doc Weathers. Die Welt da draußen ist gefährlich. Ist doch gut so. Sonst hätten wir Ärzte ja nichts zu tun, stimmt's? Bist du wirklich ein Doktor? Ob ich ein Doktor bin? Ich zeig dir gleich mal mein Diplom von der Schlauberger-wie-dich-Retten-Schule. Ich bin eine Institution in dieser Gegend. Also, brauchst du jetzt Hilfe oder was? Hm. Äh, Handeln. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Ich habe jede Menge Stimpaks, Camps... Sehr gut. Dann verkaufe ich dir mal meinen Scheiß. Und zwar diese Kampfrüstung. Da kannst du schon schön dran knabbern. Und... Wenn ich die Mods nicht mehr brauche, könnte ich sie ja auch verkaufen, ne? Man kann sie weglegen, das weiß ich. Weil das nicht die Mods sind, die man aktuell an den Waffen hat, sondern eben andere Mods. Die man dann nicht mehr herstellen müsste. Aber wir wollen ja eigentlich die kleineren Mods gar nicht. Die könnten... Das müsst ihr mir mal schreiben, ob ich hier auch eigentlich einfach alle verkaufen könnte. So in der Theorie, oder in der Theorie. So rein metaphorisch betrachtet. Halterzeit abbrechen. Äh, annehmen. Ja. Du hast irgendwas Geiles dabei. Ach Gott, der hat doch die gleiche... Die gleiche Kampfröse. So. Das war's. Dankeschön. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Was wird euch los? Kabernsachen. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Ja. Okay. Und hier wäre nun direkt die nächste wirklich widerliche Mission. Direkt da in diesem... In diesem, ähm... Ich laufe mal... Ich fix euch mal an. Guckt mal. So. Private Heart Solo Band. Achtung. Äh, zack. Jeffreys! Lee hat den Rekorder zum Laufen gebracht. Und? Hast du dir den Dienst so vorgestellt, als du zu den Gunnern gekommen bist? Gepäck aus Linwood für einen Roboter-Butler wegschleppen? Äh, wie hieß der nochmal? Wellington... Wellingham? Nicht jetzt, Soldat. Wo ist Connors? Er ist nicht auf seinem Posten. Oh, äh, tut mir leid, Sir. Der Lieutenant meinte, er hätte Spuren gefunden. Wollte sie sich mal ansehen. Von da ab die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Oh mein... Connors? Oh Gott! Es hat uns gefunden! Wo ist der Rekord von ihm? Schnapp dir die Kiste! Lass das Ding nicht aus den Augen! Alle ins Museum! Sofort! Major! Major! Was hat uns gefunden? Tja, genau das ist die Frage für die nächste Folge, würde ich mal so behaupten. Was hat sie denn bitteschön gefunden, diese wunderbar hinmodellierte Frau? Höchst erotisch. Wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge, dann geht's runter. Zum Museum der nächsten Reihe und da wird's total gruselig, halt total gruselig.